ich wünsche allen einen schönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen markt update die abwärtsbewegung im s&p 500 scheint in dieser woche an dynamik zurück zu gewinnen es gab in den vorwochen eine kurzfristige top bildung und auch den bruch unter eine wichtige unterstützung schauen wir uns das mal genauer an den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden es sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber zum s&p 500 und schauen uns mal die lage im vier stunden chart an der s&p 100 hat gestern eine wichtige unterstützung aufgegeben und zwar das tief vom 10 februar bei 4000 und 60 punkten am freitag hatten die bullen versucht den bereich zu verteidigen gestern gab es dann aber einen nachhaltigen bruch und auch den darauf folgenden retest die verlustserie wurde damit wir im tageschart sehen für eine vierte einen vierten tag ausgebaut und potenzielle potenzielle auf der unterseite oder bereiche wo der markt wieder drehen könnte befinden sich da wo bei der vorigen aufwärtsbewegung ungleichgewichte entstanden sind was bedeutet dass das ist die vorige aufwärtsbewegung und hier gibt es solche lücken also ungleichgewichte am markt und diese bereiche könnten also erreicht werden die lücken könnten geschlossen werden um von da aus wieder anzugreifen zumindest rein psychologisch gesehen ist es so dass in diesen bereichen vermutlich noch einige orders liegen von dem bullenlager und das könnten dann aber andererseits auch kursziele sein wir sprechen also über das tief bei 3.901 punkten und noch das tief bei 3.819 für die bären ist dass der startschuss gewesen also nach dem bruch hier oben der startschuss und das tief aus dem jahr 2022 zu testen und auch zu durchbrechen während oberhalb von 4.090 punkten der letzte wichtige hochpunkt wenn wir darüber ausbrechen könnte das eben ein argument sein dass die bullen wieder übernehmen und die erholung die im oktober begonnen hat dass die fortgesetzt wird um was zu tun das jahres hoch zu testen und natürlich sich dem august hoch anzunähern denn dieser bereich muss durchbrochen werden um den langfristigen abwärtstrend zu beenden lasst gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal